Herzlich willkommen in einem neuen Video. Ich möchte heute mal wieder mit euch das Thema Mindset im Trading behandeln. Ich habe diese Woche einen sehr interessanten Podcast von Dr. Andrew Huberman von der Stanford University gehört und der hat über das Thema Goal Setting, also die Zielsetzung gesprochen. Und dabei hat er einige interessante Punkte angesprochen und insbesondere eine Technik, die mir so noch nicht bekannt war und die ich definitiv mal ausprobieren möchte. Was das Ganze ist, zeige ich euch in diesem Video. Heute soll sich also alles um das Thema Zielsetzung drehen. Jetzt ist die Sache mit Zielen, die wir möchten, vermutlich der Großteil von euch möchte, profitabel im Trading werden. So geht es mir jedenfalls. Das ist so mein oberstes Ziel. Aber wenn man sich dieses Ziel jetzt mal genau ansieht, ist die Frage, wie kann ich das denn erreichen? Weil ganz ehrlich, das Ziel, profitabel zu traden, ist einfach so unendlich weit weg von dem Zeitpunkt, ab dem man startet. Es ist nicht greifbar. Man hat nicht dieses, wie komme ich da hin und weiß nicht, welche Schritte muss ich tun, um dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, man muss sich bei einem Ziel eigentlich zuallererst mal den Zeithorizont ansehen. Und in dem Podcast war ein ganz gutes Beispiel, das sich für mich persönlich irgendwie relativ greifbar machen lässt, genannt. Und zwar ging es so, er erzählt, er liebt Donuts. Wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, boah, ich hätte richtig Bock auf einen Donut, dann ist es so ein vom Zeithorizont jetzt, was einem richtig einen Kick geben würde, was einen belohnt mit Dopamin, wo man sich denkt, okay, das wäre eine coole Sache jetzt. Wenn man sich jetzt aber vorstellt, hey, ein Donut in zwei Wochen, weil ich XY geschafft habe, hat es schon einen ganz anderen persönlichen Stellenwert. Und wenn man sich das Ziel jetzt noch weiter in die Zukunft legt, also aus diesem kurz- oder mittelfristigen Bereich sogar ins ganz weit Entfernte, dann ist auf einmal ein Donut in einem Jahr, ganz ehrlich, was gibt dir ein Donut in einem Jahr? Ja, ist zwar ganz cool, aber ja, ist nichts, wo du sagst, ich opfere mich dafür auf und Diäte, damit ich einen Donut in einem Jahr essen kann. Und im Endeffekt ist das auch so ein bisschen ein Problem bei uns im Trading, weil man hat natürlich dieses Ziel, diese Vision, wo möchte ich hin, wie soll mein Leben aussehen? Aber der Weg dahin ist so schwer. Und dafür empfiehlt es sich dann natürlich, sich Möglichkeiten und Methoden zu überlegen, um dieses wirklich langfristige Ziel zu verfolgen. Ein weiterer wichtiger Punkt, der dabei genannt wird, ist das Thema Schwierigkeit von dem Ziel. Man kann sich ja jetzt überlegen, stecke ich mir ein Ziel, das einfach unfassbar weit weg ist, so eine richtige Vision, was unmenschlich schwer zu erreichen ist, suche ich mir so ein Ziel, das so mittelschwer zu erreichen ist, ist vielleicht ambitioniert, aber trotzdem möglich? Oder suche ich mir gar ein Ziel, das relativ easy ist, wo ich sage, okay, ich baue damit irgendwie schön Momentum auf, das geht relativ gut von der Hand, das schaffe ich. Und da hat er gesagt, ist am besten eigentlich, wenn man sich so ein ambitioniertes, aber mittelschweres Ziel sucht. Das sollte, er hat es in Prozentzahlen genannt, so 85% Zielerreichung sollte sein. Also zu 15% scheitert man auf dem Weg und das ist in Ordnung, das ist ein Ziel, das man auf jeden Fall erreichen kann. Was eher kontraproduktiv ist, ist ein Ziel, das utopisch weit weg ist. Er hat das Ganze mit einem Weitsprungbeispiel genannt. 20 Meter zu springen ist einfach physiologisch schon unmöglich, es sei denn, man setzt Technologie dafür ein und dementsprechend bringt einem so ein Ziel nichts. Ziele, die zu einfach sind, lösen im Körper dann einfach auch nicht die biologischen Mechanismen aus, die man möchte, um ein Ziel erreichen zu können. Da geht es ganz viel um das Thema Dopamin und Blood Pressure. Das könnt ihr gerne in dem Podcast nochmal genauer nachhören, wenn ihr interessiert daran seid. Ich verlinke euch den auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Okay, ich weiß damit jetzt also, es gibt kurzfristige, mittelfristige und langfristige Ziele. Ich weiß, es gibt einfach zu erreichende Ziele, mittelschwer und superschwer. Aber was genau mache ich jetzt? Was genau kann ich denn tun, damit ich diese Ziele erreichen kann? Das Wichtigste für mich persönlich, was ich aus dem Podcast mitgenommen habe, ist, sich einen Plan zurechtzulegen mit Milestones. Und das ist tatsächlich was, was ich in der jüngsten Vergangenheit vernachlässigt habe. Verglichen mit der Zeit davor, in der ich das sehr explizit immer gemacht habe. Ich hatte ganz konkrete Milestones auf dem Weg, eine FTMO-Challenge mir selbst zu erlauben, die ich erreichen musste, bevor ich sage, okay, ich mache das jetzt. Und als ich diese Milestones hatte, habe ich wirklich super fokussiert nur auf diesen einen Schritt hingearbeitet. Und das war immer ein Ziel. Es war natürlich nicht einfach, aber es war was, ich wusste, ich kann das erreichen. Und ich habe dadurch so gutes Momentum aufgebaut, dass ich irgendwann gar nicht mehr an mir gezweifelt habe, dass ich das schaffen kann. Und während dieser FTMO-Challenge habe ich das Ganze für die Challenge selbst so außer Acht gelassen, dass ich mir einfach gesagt habe, okay, es gibt dieses Endziel, aber dazwischen ist nichts. Es war einfach nur, okay, ich muss 10% in vier Wochen erreichen. Aber das Wie hat mir gefehlt, weil ich mir keine Milestones gesetzt habe für diesen Plan. Und genau da ist auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Potenzial, sich selbst zu verbessern. Eine Möglichkeit dafür wäre einfach, sich zum Beispiel wöchentliche Ziele zu setzen oder Tagesziele. Bezogen auf mich jetzt, auf meine Situation mit diesem FTMO wäre das, dass man sich vielleicht ein Tagesziel setzt und ein Wochenziel. Und das sind Dinge, die kann man auf jeden Fall erreichen. Also es sollte ambitioniert sein, aber realistisch. Und wenn man diese Dinge erreichen kann, dann kann man sie auch messen. Und dann kann man seinen Fortschritt messen und sagen, okay, ich habe diese Etappe erreicht und ich fokussiere mich auf den nächsten Milestone. Und das ist psychologisch einfach ganz, ganz, ganz viel leichter zu bewerkstelligen als dieses Endziel. Das ist im Endeffekt, wenn man das wieder auf dieses Donut-Beispiel münzt, ist es so dieses, man hat einen greifbaren Donut, einen greifbaren Benefit. Wichtig daran ist eben, dass man sich selbst auch reflektiert nach einer gewissen Zeitperiode. Und da wird gerne empfohlen, entweder das wöchentlich zu machen, das scheint so ein relativ gutes Mittel zu sein, weil man das natürlich auch tun muss, oder daily. Und man belohnt sich fürs Erreichen von diesem Ziel durch ein gutes Gefühl, das im Körper verursacht wird, wenn man dieses Ziel erreicht und sich darüber freut, dass man das getan hat, ist dann wieder das Stichwort Dopamin. Und das hilft einem, am Ball zu bleiben. Okay, wir haben jetzt also den Zeithorizont, wir haben die Schwierigkeit, wir haben ein bisschen einen Teil vom Wie, in dem wir uns Milestones machen. Die Frage ist, wie motivieren wir uns dann weiterzumachen? Und genau da ist was, was ich persönlich nicht erwartet hätte, was ich sehr interessant finde. Oft wird einem ja gesagt, ja, stell dir vor, wie es ist, es alles zu haben. Stell es dir ganz genau im Detail vor, wie ist es, dieses Ziel zu erreichen. Du bist ein profitabler Trader, du hast es geschafft, dein Funded-Konto zu bekommen, auf das du so lange hingearbeitet hast. Tatsächlich gibt es aber eine Methode, die wesentlich effektiver ist, und zwar um bis zu 50% effektiver, als sich diese Vision vorzustellen. Und das war für mich persönlich überraschend. Und es ist tatsächlich genau das Gegenteil zu tun. Stell dir vor, wie es ist, dein Worst-Case-Szenario tritt ein. Du tust dieses ganze Zeug ja nicht einfach zum Spaß. Du hast ja ein Ziel damit, du möchtest was verändern in deinem Leben, weil du mit bestimmten Dingen unzufrieden bist. Und jetzt stell dir vor, genau dieser Worst-Case tritt ein. Das kann sein, dass du einfach sagst, okay, ich will traden, damit ich frei werde. Stell dir vor, du selbst in 30 Jahren, am Ende deiner Arbeitskarriere, du bist alt, du hast körperliche Gebrechen, du hast diese Vision, die du hattest, ist einfach gestorben. So dieser wirklich schlimmste Case, den du dir vorstellen kannst. Ein weiterer Hack, wie man das Ganze jetzt optimieren kann, ist, indem man sich dieses Worst-Case-Szenario auch noch visualisiert. Das Ganze könnte man beispielsweise tun, indem man eine Face-App benutzt oder irgendwas, was in der Lage ist, dein Gesicht altern zu lassen. Das heißt, du lässt dich einfach mal so auf das Alter von 50, 60 oder so vor deinem Renteneintritt altern. Oder wenn du ein anderes Ziel verfolgst, irgendwas, was für dich dazu passt, was zu deinem Worst-Case-Szenario passt. Dann assoziierst du dieses Bild von dir selbst mit diesem Worst-Case-Szenario. Das Ganze sollte natürlich nicht zu exzessiv benutzt werden, sondern so wirklich nur in so Momenten, in denen es dir unglaublich schwerfällt, vielleicht diszipliniert zu sein oder in denen es dir schwerfällt, diese langfristigen Ziele zu verfolgen. Und das scheint eine wirklich, wirklich wirksame Methode zu sein. Ich habe das selber noch nicht lang ausprobiert. Ich habe den Podcast, wie gesagt, erst letzte Woche gehört und habe mich mit einem anderen Trader über genau das Thema unterhalten, der mich überhaupt erst auf die Idee gebracht hat. An der Stelle danke nochmal. Und ich habe das Ganze jetzt bei mir implementiert, habe mir das Ganze zurechtgeschrieben, mein Worst-Case-Szenario mal wirklich in Worte gefasst, dieses Bild von mir selbst erstellt und eingepflegt und werde damit auf jeden Fall mal arbeiten zu Motivationszwecken, um mich selbst zu disziplinieren und einfach diesen Fokus auf dieses ganz große Ziel nicht außer Acht zu lassen. Genau, soviel dann zum Thema Goal-Setting. Ich hoffe, euch hat das Ganze vielleicht ein bisschen geholfen und ihr könnt davon was für euch übernehmen. Wenn ihr was Ähnliches bereits macht oder weitere coole Ideen kennt, lasst es mich gern wissen, teilt es mir gerne in den Kommentaren mit. Ansonsten wünsche ich euch wie immer stabile Trades, passt auf euch auf, passt auf euer Konto auf. Ciao, ciao.